Aufgepasst! Jetzt kommt das Phineabes Z. Ich präsentiere euch hiermit unser spektakuläres Tagesprojekt. Hey! Harry Party, Harry Party! Papierflieger, Piratenbad. Harry und Pyjama. Pinkie, Pinke, Palmen. Und Peter, der Panda. Findroid, Piet, Mats, Phineas. Fortfinder, Philosophie. Picknick, Pop und Ping-Pong. Das ist die Perry Party. Das Pain-Agent-P steht für Platticus. Periparty, Periparty. Plattipus ist Englisch für Schnabeltier. Periparty, Periparty, Periparty. Im Park sind Fantamine, Cannist-Plack perfekt. Pflantsy ist dein Pflanzenagent. Peripartyprojekt. Das Pain-Agent-P steht für Plattitus. Periparty, Periparty. Plattipus ist Englisch für Schnabeltier. Periparty, Periparty. Ponypanns und Pyramiden. Peri Party, Peri Party Peri, 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 Peri Party-Projekt Ähm, war's das jetzt? Ich müsste nämlich mein Kind von der Schule abholen Eine Sekunde, die Schwarzblende kommt ja gleich So, jetzt können Sie gehen